Reverend, oder wie soll ich Sie nennen? Ach nein, nennen Sie mich einfach... Pastor. Doktor. Ja. Na okay, Doc. Erstmal muss ich Ihnen sagen, als ich hörte, dass Sie bei Harold Melvin and the Blue Notes waren, da dachte ich, ein super Typ. Und es ist komisch, denn diesen Text könnte man auch religiös interpretieren. If you don't know me by now. Richtig? Das haben Sie doch bestimmt auch schon gedacht. Für den Song gab es Platin. Teddy Pindergrass, unser Liedsänger hier, wurde im Alter von zehn Jahren zum Pfarrer ernannt. Was denken Sie, sagt das über Religion aus und ob man sie ernst nehmen kann, wenn ein Junge schon mit zehn Jahren Pfarrer sein kann? Aber es ist durchaus...